Ich bin Karin Jaki, mehrfacher Weltmeisterin. Ich bin seit jetzt vier Tagen auf Sylt. Bis jetzt war es eigentlich super, weil immer Wind war. Leider nicht ganz so konstant, dass wir wirklich viele Wettkämpfe fahren konnten, aber es war doch jeden Tag irgendwas ausgetragen worden. Ansonsten bin ich da meistens beim F2-Stand unterwegs. Da gibt es auch Autogramme, kann man die neuen Boards anschauen und es ist auch sonst viel los am Strand. Auch wenn es mal regnet, ist innen drin ganz schön zum was trinken und was essen und ich hoffe, dass da alle vorbeikommen.